Oh hey, Lieben! Ich bin Anne Herpherz und ich trete im Wahlkreis 3, also Pieschen, für den Stadtrat an und für den Stadtbezirksbeirat in der Neustadt, wo ich gerade eben auch schon einmal dat habe. Warum ist Stadtpolitik wichtig und warum möchte ich im Stadtrat auch mitwirken? Dresden gehören relativ viele Unternehmen, die DVB, die BID und auch die Sachsen-Benergie. Das heißt, in den Bereichen der Klimawende, beim Wohnungsmarkt und auch bei der Verkehrswende können wir in Dresden enorm viel bewegen für die Zukunft. Außerdem entscheidet der Stadtrat auch darüber, wie es Geflüchteten hier vor Ort geht und ob wir hoffentlich mehr aufnehmen als rechtlich vorgeschrieben. Darüber hinaus lebe ich getreu nach dem Motto, die Stadt den Menschen, die darin wohnen. Das bedeutet, Transparenz und Mitbestimmung sind klare Grundpfeiler jeder verratiger Politik hier. Ob es um die Stadtentwicklung geht, wie sich der Kiez weiter bewegt oder auch ganz viele Anliegen, die von BürgerInnen reingetragen werden. Grundsätzlich gilt, wenn Menschen von Sachen betroffen sind, dann sollen sie auch mitreden dürfen. Und das ist unsere Piratenpolitik. Am 9. Juni Piraten wählen! Am 10. Juni Piraten